Der Kaufnickstag ist ein Konsumaktionstag am letzten Freitag oder Samstag im November und wird seit den 1990 Jahren bereit in über 60 Ländern organisiert. Es wurde 1992 vom kanadischen Künstler Dad Dave ins Leben gerufen. In Amerika ist dieser Tag besonders bekannt, der zugleich der Black Friday ist. Sie können an diesem Tag nichts etwas kaufen. Ich finde es ist nicht schwer, weil Sie einen Tag ohne Einkaufen aushalten können. Wir gehen nicht jeden Tag in den Laden. Wenn ich zum Beispiel krank bin, sitze ich zu Hause oder Sie können alles im Voraus kaufen. Das ist für mich kein Problem. Einen Tag lang nichts kaufen? Das ist doch einfach.